Hey! Willkommen zur 65. Folge von GTA 5. Wir sind hier nochmal in der 100% Checkliste und wir sehen, wir haben 14 von 20 Fremden und Freaks geschafft. Was eigentlich relativ recht traurig ist, da wir fast fertig sind. Okay, auf jeden Fall ist da schon mal unser nächster Freak. Äh, der fremde Freak. Oder auch nicht. Ich dachte, es wäre hier wegen der Versammlung. Miete an meine Immobilien. Aha. Mhm. Uh-huh. Ja, das ist wahr, Mann. Ich werde großartig sein. Ich werde großartig sein, richtig? Es ist alles über die unglaubliche Leben, die ich erlebe. Oh, gut. Ja, Mann! Oh, ja, Mann! Ja, außer, während ich mache das, werde ich jemand anderes nehmen. Nein, ich bin cool. Oh, komm, Mann! Komm, Mann! Okay, Mann! Ich werde euch einen Namen geben und einen Linken zu sehen, so ihr könnt, wer sie sind. Ja, was es, Mann! Ja, was er, Mann! Ja! Ja! Ja, ich werde euch sagen, dass ich mich nicht ein bisschen verändern. Ja, ich habe Angst du gesagt, dass ich das sage. Ah! Oh! Ah! Ich bin gut! Ich bin gut! Ich bin gut! Ich bin gut. Ich bin gut! Ah! Oh, scheiße! Ich wollte sie werfen. Okay, das hat mir gar nichts gebracht. Okay, mit Franklin bin ich wohl auch fertig. Schade. Eigentlich scheiße. Aber egal. Wechseln wir zu Trevor, der hat noch acht. Wo ist der denn? Am Pier? Was macht der denn am Pier? Was ist denn hier passiert? Bitte was? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Oh, ich habe noch zwei Raketenwerferdinger. Aber extrem wenig Munition für alles andere. Oh, ich habe noch zwei Raketenwerferdinger. Aber extrem wenig Munition für alles andere. was ist helps me out of the road. Und der hat sich doch nicht quälen, oder? Ich meine, davon wäre der nie mehr losgekommen. Ach, Mann. Okay, ich fahre nur noch bis zur Straße. Ich wollte gerade sagen, ich fahre doch gar nicht mehr. Oh, der hat ein Rad ab. Der hat ein Rad ab. Na gut. Würde ich sagen, fangen wir auch mal mit dem B an. Und rufen mal eben Downtown Cap Co. Ich brauche ein Taxi so schnell wie du kannst. Auf der Weg, Herr. Danke für dich. Das wird funktioniert. Da ist es. Los, 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 los. Keine Zeit. Schon wieder fünf Minuten rum. Was habe ich denn da gemacht? So viel ist doch gar nicht passiert. Ich war nur bei dem einen und habe gemerkt, bei dem geht nichts. Bei Tonya läuft auch nichts. Sieht, hätte ich einen mal anrufen können. Egal. Hä? Soll der hier irgendwo sein? Oder oben? Ah, wieder hier. Okay. Ja. Soll ich das? Soll ich eine Signatur, Herr? Für was? Ja, die wichtigste Kampf allerlei. Pohreie. Nein, noch eine wichtigste Kampf. Die Aids. Nein, noch eine andere. Die Anfänger. Die Legalisierung. Hier. Sign. Ja, wo ist meine PIN? Wo ist meine PIN? Was ist meine PIN? Legalisierung von was? Von Dingen, die die Böden begonnen haben als Recht, zu konsumieren planten medizinisch. Legalisieren? Ja. Ich mache ein verdammtes Geld, in diesem Fall. Die letzte Sache, die ich kann behandeln, ist legalisierung. Jetzt mach es! Take a drag. Nein, ich... 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 Er hat richtig gezogenesh Weed. Ich? Okay, ich gebe es. Es ist eine reale, heißhste Getयarten- vrijwege, die kommt von mir? Hmm. Ach du Scheiße. Alter, solche fetten Erdbräume kann man nicht haben. Aber zum Glück habe ich hier unendlich Munition und wie es aussieht, ein unendlich großes Magazin. Das wird langsam voll hier. Oder auch nicht. Oh gut, das war's. Und ich glaube, das ist der Grund, dass sie uns suppressieren wollen. Oh Gott, es war wirklich interessant, mit dir zu sprechen. Was war das denn? Es war schrecklich. Well, think about what I said. Präventivschlag, zwei von vier. Toller Tanz, vier von sechs. Was? Bitte was? Das ist eine Tierrasse von... ...Moronen. Ne? Jetzt hören wir den Typen mal rauchen hier. Ja. Ich glaube, der hat genauso rein. Ähm. Schönes Feuer. Ja, ja. Ähm. Ja. Weiter gucken. Wenn man noch nichts weiter für die anderen verfügbar. Das heißt, wir gehen jetzt mal da hin. Mit gehen meine ich, äh, wir rufen ein Taxi. Da ist es ja schon. Und tschüss. 33 Dollar zieht er mir ab. Okay. Okay. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Nice house, isn't it? You like it? I'm selling it. You wanna buy it? I'm downsizing. No. No, I'm good. I used to sell houses like this. All the time. Okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. But you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy, bouncy. Josh. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate. And so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. I'll get to that. I'll get to that. I see. It's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now. Lenny Avery. He... He was my best friend. And now he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? Now it's easy. She's worth it, man. I love you. Lenny Avery. Deine Mutter! Chilling the bell. 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 Your mother? Chilling the bell. Wissen, wo die sind? Nö. Okay. Ähm. Immobilien finden. Okay. Wollen wir die sagen? Fahren wir sie mal ab. Dürfte ja sehr einfach werden. Und würde auch ein bisschen Zeit kosten. Wo sollen jetzt die Verkaufsschilder sein? Ich habe doch keine Ahnung. Das war von Verkaufsschildern die Rede, nicht von irgendwelchen Plakaten. Müsste dann, wenn dann hier irgendwo sein, hä? Ich meine, bin ich nur doof oder was? Anfahrt. Anfahrt. Ach hier. 1 von 15. Yay. Hey. Hmhm. Ach man, warum mache ich immer wieder... Dings. Ne. Anfahrt. Da ist ein Schild, ich sehe es. Scheiße. Was steht da oben? Ach man. Ich weiß nicht warum. Jedes Mal drücke ich... Ich kann mir auch nicht jedes Mal ein Taxi rufen. Ich weiß nicht. Das war's. Das war's. Irgendwann muss ich das doch raushaben, dass ich einfach nur hochdrücken muss. Ich weiß jetzt nicht, was hier der beste Weg ist, aber ich fahr jetzt einfach mal so. Warte mal, war ich hier auf dem Weg nicht noch irgendwo? Oh, scheiß drauf. Ich mach das jetzt so, wie ich denke. So, dass ich nicht durcheinander komme. Und ja, könnte jetzt wieder jemand sagen, was geht so oder so besser. Und das geht mit dem Auto gar nicht mehr. Jetzt absteige ich aus und schnappe mir das Ding hier. Warum wurde Demi jetzt als Gegner angezeigt? Der ist doch ganz normal an mir vorbeigefahren. Na, du musst schon draufschlagen. Hallo? Auf das Schild bitte. Geht doch. So, hier bin ich jetzt. Dann kommt das jetzt dran. Hm. 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 Was ist mit den Leuten los? Warum schreien die hier? Ah. Jetzt habe ich es vergessen auszuwählen. Verdammt. So, hier und Anfahrt. Na. Hm. Anfahrt zu dem Medium wird auf GPS übertragen. Ist es aber nicht. Oder? Wahrscheinlich, weil ich hier bin, oder? Hm. Auch nicht. Ja. Millard! jetzt bringen wir das bitte aufs gps so weit ist es gar nicht 6 ok 1 2 3 4 5 6 7 das hier ist aber auch ein schönes auto müsste ich mir mal für gta online merken aber halt nur zwei türen ja genau fahr mein auto kaputt 2 3 4 5 6 7 8 oh ich habe auch f hier bei trevor jetzt sehe ich gerade werde ich vielleicht danach machen in der nächsten folge denn diese folge könnte es noch etwas dauern 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Ah, jetzt mache ich schon wieder auf Pause. Ich dachte, ich habe mich schon daran gewöhnt jetzt. So, wo waren wir? Vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ah, vergessen zu Dingsen. Oh, 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 oh. Jetzt müssen es nur noch fünf sein. Elf, zwölf, drei, zehn, vierzehn, fünfzehn. Das schätze ich jetzt einfach mal. Dann müssten wir es haben. Das wäre ja ein Ding, wenn man das alleine finden müsste. Ich mache einen persönlichen Injury-Klang. Hier ist wieder ein Freak, den wir aber jetzt noch nicht machen. Du doch nicht. Ich wollte das Schild. Fühlen die sich gleich angesprochen, nur weil ich mal ganz kurz die Waffe auf die richte. Ist doch nichts passiert. Warum schreien die? Als ob das im Amiland so untypisch wäre, dass man hier mit einer Waffe rumrennt und mal eben auf andere Leute zielt. Ich meine, andere Menschen nehmen ihre Waffen ja mit in den Kinos oder so. Okay, ja, wird zwar schlecht, aber egal. Baby, was machst du? Die Nachhinein werden es sehen. Irgendwo hier müsste jetzt... Ach, hier. Du wirst wissen, dass ich eine Komponente habe. Schau. Können wir nicht zuhören? Du wirst roots. Au. Jetzt hier, aber auch das Ding weg. Schade. Warum habe ich ... Ich habe doch gar nichts gemacht. Ausdauer. Yay. Ich muss mich erst mal verstecken, tut mir leid. In der Zeit trinke ich nochmal einen Schluck. Jetzt kommt er hier um die Ecke, scheiße. Bitte, bitte Stern, geh weg, geh weg. Das wollte ich nicht, ehrlich. Scheiße, jetzt kommen die mit dem Heli. Geh zurück, Dispatch, fertig, geh weg! Komm schon, Officer Daryl! Geh weg! Harte Tour. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Mann, ihr habt alles auseinander gebracht! Scheiß Bullen! Warum hat der auch die Mini-Gran rausgeholt, Mann? Warum hat der auch die Mini-Gran rausgeholt, Mann? Ich weiß nicht, wo wir sind, blablabla. Blablabla, genau. Alles klar, also wir nehmen die Senioren wirklich vorwärts. Und legen sie durch die Lehr-Schule. Ich brauche nicht, dass du mir sagen willst, dass es eine gute Idee ist. Ich weiß, dass es ist. Aber ich habe eine gute Idee gemacht. Mach es mal. Nachher. Nachher. Aber sofort bitte. Da ist es. Oh. Los. Alter, es geht jetzt schon viel zu lang. Ich wollte es jetzt noch hinkriegen. Das ist der Spur, oder? War das hier? Egal, dann glauben wir mal, dass es hier weg ist. Ich lasse mich. Ach komm. Dein Auto gehört mir. Ja. Warum klettert er jetzt da hoch? Nur das Schild, nur das Schild. Danke, jetzt habe ich erst 13. Also noch zwei. Dann haut es hin. Okay. Dann das Ding und dann zuletzt da oben das. Oh, wirklich? Nein, das war noch nicht die Straße. Hier ist die Straße. Jetzt wollte ich schon wieder in der Garage fahren, die nicht mir gehört. Das Rad blockiert aber auch schon wieder halb, ne? Oh, hier ist ein blaues Symbol. Ist wohl für Michael. Oh, jetzt komme ich da nicht mehr. Ich bin echt! Oh. Hat die gerade gesagt, sie ist echt? Ohoho. Weggekickt. Das Symbol hier muss ich mir mal kurz näher anschauen. Immobilie-Doppler-Kinopalast. Mhm. Zehn Mille. Wenn es nicht mehr ist. Okay, auf zum letzten Schild. Man könnte aber auch irgendwie sagen, jo, ich habe die Karte gesehen. Ich weiß, wo die Dinge sind. Und dann könnte man die auf der Minimap alle markieren. Und dann so einzeln auswählen. Oder so abfahren. Und nicht hier jetzt die ganze Zeit den Link aus der SMS wieder aufrufen, damit wir uns die Anfahrt da irgendwie zeigen können. Oh, das Auto ist Schrott. Schon nach dem ersten Crash. Schade. Ich glaube, das Getriebe ist hin. Wie es klingt. 15 von 15. Und? Was kriege ich jetzt? Na los, muss jetzt irgendwas passieren, oder? Ruft er ihn an? Das ist die SMS jetzt weg. Das kann doch wohl nicht sein. Ach so. Gut, dann würde ich mal sagen, beenden wir die Folge für heute und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich glaube, dann machen wir F Also, bis denne 1. 2. 2. 1. Vielen Dank.